Filia ist ein Programm, das Frauen dabei unterstützt, ihr eigenes Potenzial voll auszuschöpfen. Als Nicole und ich angefangen haben mit Filia, hieß es noch gar nicht Filia und es war auch gar keine Idee, das Ganze in eine Unternehmensform irgendwann umzubauen. Wir haben uns eben gegenseitig gecoacht, jede Woche und haben einfach gemerkt, wie sehr uns das hilft. Wir glauben, dass wenn man eben was aus dem Herzen macht und was macht, weil es wirklich die eigene Lebensanstellung ist, dass das eben auch als Businessmodell gut funktioniert, weil eben ganz viel Wahrheit und ganz viel innerer Glaube da drin steckt. Wir glauben, dass jeder eine eigene Intuition hat und was wir eben sehen, ist, dass in der Gesellschaft es gar nicht so sehr gefördert wird, der eigenen Intuition zu folgen, sondern man hat eben ganz viele Erwartungen, die auf einen zugeflogen kommen und man denkt, man muss diese Erwartungen erfüllen. Um im Leben etwas zu erreichen und um auch was Großes zu schaffen, geht es vor allem darum, dass man seine eigene Intuition findet und dass man nicht das macht, was die Gesellschaft einem sagt, was man machen soll, sondern dass man Vertrauen hat, dem Weg zu folgen, den man eben selber als den richtigen Weg anerkennt.